das wäre sie roter wolf von radagon als eines versteckt hinter dem feuerstreit ich bin ja so überpowered es ist ja geil ist ja so einfach ich würde sagen wir machen einmal l2 und ist basely tot hb jungen ich bring mich zurück nach kaylet der speicherstein alles klar jungen drei hits gebraucht dann war der bro dead ich bin einfach zu früh in die falschen gebiete gegangen habe dann trotzdem gegen leute gewonnen jetzt in den gebieten wo ich quasi hätte hingehen sollen ist es ein bisschen zu einfach wir müssen zurück nach kaylet da ist ja wieder alles richtig schwer ich bin auf dem schulhof gelandet was will ich hier was ist das what the fuck are these people doing alle einfach der tür nicht von dieser seite zu öffnen frustrierend ich muss über die über alle dächer springen kann das sein ich muss über irgendein dach wieder was das für ein gang da war ich noch nicht bei mir junge he dead der will auf dem pausenhof oder was ist das auch ein gegner als auch ein gegner wird einfach ihre eigenen boys gekillt wie cool die hat ein bisschen was von meiner ex freunde bin ich ehrlich das gegner design ist cool wie cool das game design ist also eine jungfrau geworden oder was dreht sich wieder ja drehen 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 nicht auf mich bitte die krabben den baum richtig krabben wir sehen sie an wir sehen games l2 dann porten l2 krabben beschützt also diese goldene rune und dann was auch immer dahinten noch bliegt dass ich mich gedamaged während ich sie gekillt habe ist es deren ernst dass ich hier rüber soll wirklich war gut was da gerade hinter mir passiert keine sekunde zu spät sind sie uns umgedreht das ist einfach ein bisschen alter viel hier ist einfach ein bisschen alter viel hier kann er durchrollen ne das portal und jetzt schon wieder ein portal hier ich bin gefühlt noch lange nicht fertig mit allem im schulhof warum steht er da so dramatisch wer ist er karlianischer ritter morgrun warum hat das einen roten namen das heißt doch nichts gutes oder rot ist meistens nicht schlechte farbe in league of legends der wird gestagert warum hat der einen namen wenn er so ein giga random ist karlianischer reiter ritter steht entschuldigung das ist mortal hier ist ein fahrstuhl ich muss überall noch hin in dieser burg ich kenne niemanden der nicht von dem minuten einmal gekillt wurde hallo ist teuky ich wusste nicht dass ich hier hin soll ich bin aber hier hin und ich habe hier einfach schon sehr viele sachen geklärt jetzt bin ich einfach broken zurück nach klet schnellstmöglich oh mein gott cutscene cutscene hit me cut to the scene hat er mich gebissen what the fuck das ist creepy das ist sehr creepy das ist das ist sehr creepy was wollen die alle von mir mal gucken jetzt nach oben wer ist da oben quit den und p sie oo ok sie ist schwang und sind ganz viele töchter gibt gar keine potz mehr wer wird bücher auf mich weg feuer 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 was passiert hier ok nur die die markiert sind zaubern auch ja wer ist jetzt die nächste zaubererin die beißen er ist eine neue gedroppt also hat er gesagt sie ist schwanger die hätten buch in der hand die ganze zeit oder was ich muss wahrscheinlich die andere ja bedenken kann es sein die da hinten die beiden aber auch darauf auf mich vorher zu spucken hört auf zu lachen so mädchenhaft komm ich fern ah bücher muss ich ihre magie benutzen sie droppen wie so eine richtig widerwärtige larven oh habe ich sie getroffen ihr schützt gebrochen was habe ich getan ja mal wieder first try ne was haben wir machen der ist einfach geil was haben wir sagen ich habe so geil bin ich nämlich wir werden leute weggestompt sage ich ja geil einfach geil die dead was für ein story boss ja das ist also irgendwie ein main boss der hat voice lines also irgendwie ja geil einfach geil einfach schön was soll man machen ich habe keine angst wovor denn auch ja geil ich bin so op man meine plus sechs fucking waffe das ist ja so in 10 was ist jetzt hier die hexe die hexe ist rani die hexe oh ihre tochter fährt jetzt gegen mich ok das war nicht so einfach wie ich dachte let's fucking get it wir werden ja gar keine pots mehr also ich bin 1 hp das heißt wir können gar nicht gewinnen außer wir wollten sie hehehe ja ihre tochter kämpft jetzt gegen mich sehr dramatisch sehr dramatisch sehr dramatisch Moments before disaster Tommy was meinst du denn Nadine vielen Dank für deinen Zapp vielen Dank für den zwartigsten Hydro Pumpe Ey Mamba drop sie drop sie was macht sie sie wird zum Eisball hat sie darin gemacht ah der Eisball kämpft jetzt mit ihr noch mit oder wie hoppa macht das damage die schwirrten drachen feuer voll voll oh mein gott wie geil hahaha egal ich fand nicht die drachen nicht fand ich dich oh mein gott wir haben tupfte geirps nein oh scheiße zweit 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 oh sie ist wieder in der Form egal bin ich verstanden wie ich sie überhaupt runter geholt ob es ihre Schutzblase wie habe ich sie denn getroffen ich muss die die dieses goldene haben kaputt machen dann bricht ihr siegel ok ja liebe königin des vollen modus dann wird nicht so leicht keine ahnung ich komme zu spät ja ich komme zu spät ich bin 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 zu spät für dich gibt es keine rettung mehr und wissen die action gerettet ja ich bin einfach sehr stark ist was soll ich sagen so ich bin einfach ein mächtiger mann bin ich ist sie noch am leben sie lebt noch eine truhe verschlossen mach auf man kann mit dir reden ich habe mich gerade getötet warum sollte ich von dir wiedergeboren werden wollen was ist jemand der ich reskillen kann ja also ich brauche keine wiedergeburt ich bin der ficker das ist sehr creepy die